So meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu deinem Kölge von Pulsum Lattes 2018, heute wieder hier auf meinem wunderschönen Kanal, alles mal wieder ein bisschen gewöhnt da. Ja, bitteschön. Heute ist nationaler Feiertag, das heißt es sind sehr sehr viele Leute unterwegs, das heißt es bestimmt auch sehr sehr viele, die ein bisschen schwarz fahren wollen. Das muss man schon nehmen, wir müssen aber erst mal gleich gucken, dass man die Dings anbekommen, das Radio, allein heute haben schon zwei abkassiert. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gekauft. Okay, ja, halt deinen Mund. So, dann lass mal gucken, wir haben drei Türen, okay. Gucken wir mal, ob wir das Radio irgendwie anbekommen. Ist hier nicht das Radio diesmal feststellbar, Fahrkarten mit Leuchtung, Abblendmotor, Spot, Rampel, nö. Ah, das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passen. Ja, das müsste ich auch gucken, aber ich weiß, dass ich reinpasse. Also irgendwas stimmt bei meinem PC nicht, könnte sagen wir es bald. Wir müssten vielleicht auch mal wieder aufschrauben, ein bisschen sauber machen, Kühlpasse auf die Ventilatoren drücken, wer weiß. Aber überlegt euch mal, diese Fahrt hier ist, als allein dort war schon an der Haltestelle sehr viel los. Als Rundfahrt. Oder hier, äh, meine ganzen Zwischenhaltestellen hätten wir noch mitnehmen müssen. Ah, die Mission war leider maximal zehn Haltestellen. Achter hatte ich, zwei hätte ich bloß nehmen können. Aber das ist alles, jo. Wir müssen mal gucken, was wir heute bereden, weil, wie gesagt, die Folge, die wird, äh, recht lang gehen. Guck mal, die lassen mich sogar durch. Ja, ihr seht, ein riesen Drucklein im Hintergrund. Was das natürlich soll, weiß ich nicht. Mein PC ist aber auch ziemlich voll. Das habe ich öfter, sondern dann setzt er sich zurück. Dann sagt er, ah, nee, guck mal, ich habe doch auf jeden Fall 300 MB Speicher frei. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Und noch einen zweiten habe ich noch nicht drin. Alter, hier ist so verdammt viel los. Ja, wir können gleich nochmal durchgehen und kontrollieren. Der Bus ist toll, ja, okay. Danke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, das gibt natürlich Geld. Dankeschön. Das war zu schnell geklebt. Dreie Steck. Dreie Euro. Eine Fahrkarte, bitte. Jo, eine Fahrkarte für die Woche. Was machen wir mal die? Ganz ruhig. Zwo. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ich brauche noch einige Fahrkarten. Alter, wie viel kommt denn denn noch? Einzelstandard 2. Und was gibt es mit passend? So. Dann wollen wir mal. Wir haben meine Fahrkarte. Ja, bitte. Na klar, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Okay, mit Widerstehen ist komisch. Leck. Wie oft wollen Sie die denn? Na klar, na klar, hier bitte. Hier bitte. Na klar, hier bitte. Oh. Okay, gut. Jetzt lassen wir es mal. Wir steigen dann in... Zwei Hälte stellen weiter, glaube ich, wieder ab. Und kontrollieren da mal. Heute sollte ich ein Mittel aufnehmen, weil morgen hätte ich zu Ort noch ein bisschen Zeit. Aber morgen muss ich es, glaube ich, finden. Da war doch die Person. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ach ja. Wollte ich doch nicht. Dieses ganze Doppelklicken von meiner Maus irgendwie. Wo wir es am Bogen vielleicht noch machen. Das könnte helfen. Aber ich weiß nicht, ob der Bus ist, der Beko, der gefällt mir nicht ganz so wie der andere. Ich überlege mir ein Grund dazu schaffen. Das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich... Ich weiß natürlich... Ich merke ja auch, dass bei mir auch keine Standardvideos unbedingt mal so richtig kommen. Hat den Grund, ich habe keine Lust darauf. Ganz einfach. Jetzt soll ich fahren, okay. Weil man hat ja nicht immer Lust auf einen und das Gleiche. Das lässt nämlich schon wieder vor. Schön ist es nicht zu spielen. Ab zu Silicon Valley, ich habe ins Zentrum. Aber wir fahren noch nicht gleich ins Dorf. Wir fahren ins Zentrum. Ja klar, wir fahren jetzt ins Zentrum. Dann fahren wir mal hinten rum, äh, Orgville. Da war das Schlagloch. Da ist natürlich auch die perfekte Fahrt wieder vorbei. Alles klar. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ah, was war denn jetzt hier los? Haben wir zu spät gesehen. Oh, heili. Guck mal, der Bus fährt auch nicht gerade. Jetzt geht's los. Der Stuhl, der möchte eine Fahrt haben. Kann ich den mehr verkaufen? Ja, das war der 50er. Oh, Standard. 3. Das war schon? Da standen aber so viele. Hier bitte. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Oh, ich habe Ihnen meine... Wollen Sie die denn noch hier austrocknen? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was? Ach so, hier. Ich habe Ihnen meine... Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Oh, was? Hier. Hier ist die Dier. Okay, gut. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie erst mal aus. Na ja. Ich habe auch gesehen, es gibt irgendwo ein Easter Egg in dem Spiel. Nächster Halt. Flusspromenade. Ich habe das bloß gesehen, also im Video so heißt. Easter Egg und dann irgendwo in ein Feld reingefahren. Aber wir sind noch nicht so weit, dass man irgendwelche Felder reinfährt, glaube ich. Oh, was stimmt denn heute nicht hier mit dem Spiel? Wie mir klein die Eier lutschen, sage ich euch. Oh, Mist. Ich habe vergessen, für das Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt es eben Sachen. Guckt euch das mal an. Nächster Halt, Flusspromenade. Absolut pünktlich. Danke sehr. Event war stimmt auch hier nicht. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mein einzelner Senior, du hörst dich zwar nicht an den Senioren. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche trotzdem Woche Senioros. Auch wieder so ein junger Typ. Danke. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Standard zwei Stück. Alles supi, alles supi, alles super. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Oha, falsch gedrückt. Ähm, Tag, Standard, zwei, drücken. So. Eine Fahrkarte, bitte. Äh. Tag, Standard, eins. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Okay, was ist denn? Yo. Ach, nee. Die haben jetzt Glück. Hier wird nicht kontrolliert. Wir brauchen schon eine Minute dahinter. Dahinter sind sie. Auf Straße. Wie bin ich denn hier gelandet? Also irgendwas stimmt hier komplett nicht. Ich würde noch andere Spiele zocken und mal gucken, wie das da ist. Jetzt fahren wir wieder hier schön durch den weiter Wald. Der Wald ist eigentlich immer das geilste. Der Wald und die Autobahn. Oh. Oh. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Nein, fast das Schlaggloch nicht mitgenommen. Es lenkt ja immer mehr ein. Also ich weiß glaube ich auch warum. Ja. Ich weiß warum. Wenn das jetzt auch das Schlaggloch Problem war, dann muss ich mir echt ein neues Lenkrad holen. Jedenfalls ist das jetzt. Sieht sehr gut aus. Jetzt haben wir diesen Feiertag und jetzt haben wir schon so viele Strafen. Aber selbst das Lenkrad hat so spät reagiert, dass ich daraus noch einen Unfall geboten habe. Ja, mir auch. Eine Fahrkarte bitte. Ja, und es sieht glaube ich relativ gut aus, dass echt der Grund am Lenkrad lag. Danke. Das heißt nur das Lenkrad und es wird nicht billig, weil ich auch neue Kopfhörer brauche. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Jetzt seid ihr wieder angearscht. Sie haben meine Fahrkarte schon besegnet. Na klar. Hier. Ich habe Ihnen meine... Hehe. Hab ich Ihnen schon gezeiht? Hier. Na klar. Na klar. So. Na klar. Hier. Auf den Blick. Hier. Aber man müsste vorher wissen, dass es ein nationaler Feiertag ist, damit man auch besser auf die Leute abgestimmt ist, dass man jetzt die hier im größeren Bus hätte nehmen können. Das wäre, würde mir besser gefallen, wenn so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, wie eine Art Kalender noch wäre. Da kann ich den Porn auch für große Veränderungen, große Verbesserungen, Änderungen oder sowas nennen. Weil, also es ist schon scheiße, wenn man so einen kleinen Bus hat und hier rumfährt, weil man denkt, das ist die Mission, macht man. Und dann kommt immer, jao, hier kommen 300 Leute mit. Und dann fährst du aber einen Bus, der nur 50 Platz hat. Also. Das hat nicht geholfen? Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel Minus ich gemacht habe durch die Fahrt. Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Da war nichts. Alter, diese Fahrt ist so anstrengend für mich. Das nenne ich guten Service. Zum Glück nur noch zwei Haltestellen. Danach müssen wir fertig sein. Danach müssen wir hier am Ende sein. Jo, Einzelstudent. Boah. Woche, Standard, Eilen. Das war es schon, das sind aber so viele. Die Frage ist, wie lange wir jetzt mitfahren. Alter, hier gibt es so viele Schwarzfahrer an jedem Tag. Also durch diesen Scheißlegs und durch mein Lenkrad. Habe ich schon recht viel Minus gemacht. So, das war jetzt Urquil. Jetzt kommen wir in Sigvalden und dann noch eine Haltestelle, glaube ich, in Sigvalden. Hä? Och. Kl... Was ist das für eine Scheißfahrt heute? Die kotzt ja Ihnen richtig an. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ja, das brauche ich auch langsam. Danke. So. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzelne Standards. So. Eine Fahrkarte, bitte. Ich werde ja nicht. Und da... Und da... Und da. Und da. Ja. Oh, hier, bitte. Wie oft? Sie haben mein... Ich hab' Ihnen mein... Wie auch? Ich... Sie haben meine Fahrkarte. Oh, klar. Sie haben mein... Wie oft wollen's? Hab' ich ihn schon geze... Hab' ich ihn... Was? Hier. Wie oft... Hab' ich ihn schon ge... Ich hab' ihn... Wie oft wollen Sie die... Hier. Hier. Na klar. Na klar. Ich hab' Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier hört sich außerdem der Motor an. Bobe ist hier drüben, oder? Jetzt hört sich das hier was an. Ach ja, da wollen wir was trinken. Du, der kommt eh zu spät. Na, heute gehen einfach Mäuse von mir weg. Bin ich froh. Da sind ja diese teilweise... äh... Schnell stinken. Aber das sind ja die Männchen. Die weggehen. Die bisschen stinken ja von den Mäuse her. Nicht so. Doch, da ist wer hier. Wow! Pfff! Warum? Ach, bin ich froh, wenn ich die Leute hier raus habe. Und wenn... Wenn der Pauke vorbei ist. Was? Oh ne, Leute. Das war ja so eine Scheiße heute. Ich hoffe, die Leute... Die anderen, die haben hier was gut eingenommen. Die müssen meine Mistletaten, äh... Plus machen. Pff! 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 Ob das noch gut geht, dass sie das machen... äh... hinkriegen? Pff! Ist echt eine gute Frage, glaub' ich. Wir werden ja gleich sehen, wie das aussieht hier. Mit dem Plus und Minus. Wird ja fast so ein unendliche gehen. Ein Minus. Pff! Tschau, 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 kriege ich auch hier den Müll vielleicht weg? Ein schöner Bus ist es ja eigentlich doch schon, aber von ihm gefällt er mir nicht so. Dann drücken wir auf End, Ende, denn ich bende heute mal nicht, wie gesagt, die Fahrt ist ziemlich weit und der Fahrt ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Oh, fünfmal Schleuner, fünfmal Kollision, ach du heilige, der ging ja ganz schön nach unten. Die Fahrt ist richtig scheiße, wir hätten 20.000, hätten wir einen nehmen können. Was sagen die anderen? Oh, die haben wir eingenommen. Das ist gut, nachdem wir den neuen Bus gekauft haben. Ja, Leute, ich würde mal sagen, war es das mit diesem Part. Im nächsten Part gucken wir uns mal, fahren wir jedenfalls hier das, machen wir das hier. Was wir da machen, weiß ich auch noch nicht. Lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal, sagt der MNZ. Ciao, tschau.